Hey Leute was geht ab hier ist euer Red Marek und ich möchte euch heute mal das PS4 Menü ein bisschen näher bringen für die Leute die das ganze noch nicht gesehen haben und da werde ich unterstützt und von der Seite GTA 5 Online PS4 ist ja ein Partnerseite von uns ein ganz enger Partner sogar sehr sehr eng ja der hilft jetzt dabei und ich werde euch jetzt hier so einiges zeigen und zwar erstmal seine Seite die ihr unbedingt liken sollte weil demnächst kommt ja her geht hier ja für PS4 raus und für Xbox One aber diese Seite spezialisiert sich auf PS4 da wir einfach nicht so Xbox Fans sind ja ihr könnt auch ihr seht ja auch gerade hier klicken wir doch mal drauf ja das da unten schon wieder das möchten wir natürlich nicht so ihr könnt natürlich mich hier auch adden und ihr seht auch ihr könnt mich auch dabei auch anschreiben wenn ihr mich hier geändert habt und ich beantworte eigentlich sonst immer die ganzen Nachrichten ja jetzt gerade in diesem Fall nicht aber ich war ja auch heute morgen noch nicht online werde ich gleich also übernehmen so ja da hat sich eigentlich recht viel geändert das sind so die Sachen die man zuletzt alle geöffnet hat ja wir haben eigentlich recht schön geworden muss ich sagen die Party ja gut die Qualität ist eigentlich recht gut und ähm ja was ich uns näher bringen kann ist einfach die Games also die sind richtig gut gemacht also ja ok Games sind schon immer gut gewesen aber ich meine die Qualität also die Qualität haben sie echt schon so einiges geändert ich hoffe wir kommen jetzt auch dazu euch das Anfangsvideo hier zu zeigen weil das da sieht man auch die Qualität mit der man zockt und die ist recht gut jetzt hab ich selber mein Fernseher hier auch noch laut das passt ja total gerade so und es lädt und es lädt und es lädt so hab ich doch den Fernseher nicht leider gemacht ja das ist jetzt das anfangsvideo ihr seht schon die mega Qualität er hat noch den Sound so ihr seht atemberaubende Qualität so ist das auch das macht richtig Spaß mit PS4 und mit euren Leuten auch wenn sie andere Games spielen trotz all dem mit den Reden das ist auch richtig cool das hat auch Xbox glaube ich aber ich finde das richtig cool gemacht aber ja mit der Headset Auswahl also ist echt scheiße aber egal ja damit haben wir euch das jetzt ein bisschen sehr gut und dann kann man auch sofort easy rausgehen geht ganz schnell ich hoffe euch hat das Video jetzt hier gefallen und ich hoffe natürlich dass ihr bei GTA Online Glitch so wie bei GTA 5 Online PS4 ein Like da lasst auch bei Youtube bei mir ein Like, Abo, Dislike, Kommentare oder sonst was da anlasst und dann sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein Leute ciao 1, 2, 3 go 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 3, 4, 5